Okay, am Anfang war ich ein bisschen nervös. Die kennen sich schon alle untereinander. War das ein Lächeln? Ikea hat mir halt Tipps gegeben, wie ich mein Zimmer am besten einrichten könnte. Im besten Fall ist das Zimmer halt wie man selber. Also diese Ringelnudeln sahen schon verdächtig aus in meiner Haare. Der neue Ikea-Katalog ist da. Voll mit Ideen für dein Zuhause.